So, dann machen wir kurz Synchronisation. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Skyrim Let's Play. Und zwar geht das jetzt weiter und ihr habt einen Part nicht gesehen, aber zuerst möchte ich kurz was gucken. Und zwar wir hatten ja das Item mit dem fehlenden Namen gefunden. Es hat ein Zeichen vorne, aber nein, das ist auch nicht da, okay. Schade. Wir sind inzwischen hier in, Namen vergessen, in Windhelm und wollen uns der dunklen Bruderschaft anschließen. Und ja, die Regato spackt jetzt nicht mehr rum, da sie ein Update hatte. Ich gucke mal eben schnell, ob Odessity auch aufnimmt. Ja, es nimmt auf, allerdings bin ich ein bisschen leise. Ich nehme kurz Mikro, so, so, Mikro, Test, Test, eins, zwei, drei. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt gut verstehen, wenn nicht, dann ist das ein bisschen doof. Okay, das sollte gehen. Ich nehme jetzt einfach mal eine Stunde auf und schneide das dann am Ende in 15 Minuten. Ich schneide das dann am 15 Minuten um und dann gibt es halt sozusagen immer nur die wichtigsten Sachen, damit ihr nicht Sachen wie zum Beispiel einfach nur rumlaufen oder sowas. Also, was alle sagen, Aventius Aretino führt das schwarze Sakrament durch. Also, ich werde jetzt hier geschnitten. Ich hatte heute Morgen, heute ist der Samstag, jetzt hat jeder in NRW Ferien. Und ich hatte heute, heute Samstag, heute hatte ich um 8 Uhr morgens voll das Verlangen Skyrim zu spielen. Und habe dann einfach mal 10, 20 Minuten gespielt. Und dann kam halt die Clips, die ihr gesehen habt. Oh, noch nicht. Da seid ihr. Es hat geklappt. Ich wusste, dass ihr kommen wird. Ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Immer und immer wieder. Mit der Leiche und dem Ding. Und da seid ihr. Ein Meuchelmörder der dunklen Bruderschaft. Ähm, ich schweige jetzt noch. Ihr müsst nichts sagen. Gar nicht nötig. Ihr seid hier. Also weiß ich, dass ihr meinen Auftrag annehmt. Äh, Auftrag. Meine Mutter, sie ist gestorben. Ich bin jetzt ganz allein. Sie haben mich in dieses schreckliche Waisenheim in Rifthorn geschickt. Ehrenhalt. Die Heimleiterin ist eine böse, grausame Frau. Sie nennen sie Greloth, die Gütige. Aber sie ist nicht gütig. Sie ist grauenhaft. Uns allen gegenüber. Also bin ich weggelaufen. Wieder nach Hause. Und ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Und jetzt seid ihr da und könnt Greloth die Gütige töten. Abgeschlossen. Sprich mit Aventus Aretino. Begonnen. Hallo und Unschuld. Ich hatte auch neue Ausrüstung gekriegt. Ähm, neue Ausrüstung. Was hatte ich denn? Ich hatte einen Elfenbogen besorgt und einen orkischen Dolch und einen Zwergendolch. Habe ich den Elfenbogen drauf? Ich schaue mal eben kurz nach. Ne, Zwergenbogen. Der war noch besser. Das hier darf man noch machen. Also es ist scheißegal, wie man die killt. Kraloth. Eigentlich. Und noch eins. Gnade. Das ist Kraloth. Und? Kraloth die Gütige ist sie. Ihr wisst schon. Sie ist tot. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ich wusste es einfach. Ich wusste, dass die dunkle Bruderschaft mich retten würde. Hier, wie versprochen. Das sollte euch ein nettes Sümmchen einbringen. Und danke. Vielen Dank nochmal. So, dann walken wir mal zurück. Für sowas ist das Schneiden dann gut. Dann wird man hier halt diesen Ladebald nicht sehen. Und warum bin ich hier? Weil ich Kutsche fahre. Wenus den Couché. Wenus den Couché. Ich warte schon den ganzen Tag darauf auf die Küche. Küche. Ich möchte eure Gutsche mieten. Und zwar nach Farkery. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Falsche gewählt. Wetter. Lass mich nicht das Falsche gewählt haben. Ich habe das Falsche gewählt, oder? Oder? Ich hoffe nicht. Lass mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. So. Um 6 Uhr morgens gehe ich immer schlafen. Und dann immer für 3 Stunden. Das ist so mein normaler Schlafzyklus von 6 bis 9 Uhr morgens. Denn jeder weiß, YouTuber haben keinen normalen Schlafrhythmus. Jeder von denen hat einen gestörten Schlafrhythmus. Es gibt viele, die abends ihre Videos machen. Guts geschlafen? Wer bin ich? Wer seid ihr? Oh, scheiße, ich muss gerade wirklich gähnen. Gähnen. Ihr seid im Warmen und im Trocknen. Und noch immer lebendig. Das ist mehr, als man über die alte Grelot sagen kann. Hm? Wie ist davon? Eine alte Hexe, die in ihrem eigenen Waisenhaus umgebracht wird. So etwas spricht sich normalerweise herum. Nö. Bitte versteht mich nicht falsch. Es war saubere Arbeit. Echt? Ich habe sie vor den Kindern einfach getötet. Und umdrein habt ihr noch eine Bande kleiner Sträuche gerettet. Es gibt da aber ein kleines Problem. Äh. Schweigen wir noch. Seht ihr, dieser kleine Aretino-Junge hat nach der dunklen Bruderschaft gesucht. Nach mir und meinen Verbündeten. Grelot, die Gütige, war ein besiegelter Kontrakt der Bruderschaft. Ein Mordauftrag, den ihr gestohlen habt. Kann passieren. Ein Mord, den ihr zurückzahlen müsst. Kein Problem. Wollt ihr, dass ich hier etwa jemanden lernen war? Na, na, na. Schon lustig, dass ihr fragt. Wenn ihr euch umdreht, werdet ihr meine Gäste bemerken. Ich habe sie... Ihr müsst wissen, dass es für einen von ihnen einen Auftrag gibt. Und diese Person wird diesen Raum nicht lebendig verlassen. Nur, wer ist es? Nur zu. Wollen wir mal sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Trefft eure Wahl und löscht ein Leben aus. Ich will dabei nur zusehen. Und einen Anblick bewundern. Ähm... So, noch ein bisschen Schleichen trainieren. Weil soweit ich mich erinnere, ist Schleichen noch nicht auf 100. Du... Ich mach mal eine Hinrichtungskappe mit, weil es die ja danach nicht mehr gibt. Morgen. Schau, schau. Da ist die... Hm. Die meisten würden reden. Doch ihr hört zu. Ihr denkt mit. Ihr versteht, was zählt. Dass ihr meine Befehle befolgt. Dass ihr tötet. Jo. Natürlich. Und ihr habt eure Schuld voll und ganz beglichen. Hier ist der Schlüssel zur Hütte. Nur, warum sollte es hier enden? Ich sage, unsere Beziehung ist reif für den nächsten Schritt. Oh. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen. Der dunklen Bruderschaft. Im südwestlichen Teil von Himmelsrand im Kiefernwald findet ihr den Zugang zu unserer Zuflucht. Ihr liegt gleich unter der Straße. Fernab von neugierigen Blicken. Wenn euch die schwarze Tür befragt, antwortet mit der richtigen Losung. Sie lautet, still, mein Bruder. Wir sind verwandt. Und euer neues Leben beginnt. Wir sehen uns zu Hause. Laber doch noch mehr. Lassen. Okay, ich höre jetzt auf. Was ist die Musik des Lebens? Dubstep. Nein? Okay, dann nicht. Willkommen. Zuhause. Morgen. Ich brauch mein Geprop und Händen. Da. Ich stell hier schon mal die Flasche hin für den nächsten Loading Screen. Eure neuen Familie vor. Eure strahlendes Lächeln! Eure Zähne! Eure Zähne! Nein! Uuaah! Ach, Babbel, ihr seid wirklich schlimm! Was ist mit euch festlos? Wie ist euer letzter Aufwand? Er ist mein Lichtbuch. Lord of Scream, ich bin ein langer Weg beschrieben, dass ich keine Kinder liebe. Und ich hoffe, du hast sie. Guckst du auch mein Let's Play? Nein, erst verschweigen. Ihr gebt euch wohl gerne mysteriös und tiefgründig, hm? Ja, ich bin voll geistig, hm? Ich habe eure Ziele beeindruckt, aber bei mir müsst ihr euch schon mehr anstrengen. Ach, hat sie das? Nun, es gäbe da schon noch den einen oder anderen unerledigten Auftrag zu vergeben. Es werden auch noch weitere Aufträge hier eintrudeln. Ich werde sie euch zuteilen, sobald sie verfügbar sind. Ihr könnt sie dann nach Belieben erledigen. Hört sich einfach an. Ich will euch aber nichts vormachen. Diese Aufträge sind nicht besonders glanzvoll. Und reich werdet ihr dabei auch nicht. Wenigstens bleibt ihr beschäftigt. Erledigt sie ganz nach Belieben. Die Zielpersonen gehen nirgendwohin. Also besteht kein Grund zur Eile. Ihr könnt mir den Vollzug dieser Aufträge entweder einzeln melden oder warten, bis ihr alle Ziele eliminiert habt. Bleibt ganz euch überlassen. Bruder? Jo Bro. Na, geht mal los. Ich habe im Augenblick drei Aufträge zu vergeben. Eure Ziele sind der Bettler Nafi, ein ehemaliger Müller namens Enodius Papius, und die Minenleiterin Beithild. Erledigt diese Aufträge, dann werden wir sehen, ob es noch mehr Arbeit für euch gibt. Okay. Auf geht's. Und tschüss. Oh, ein Riese. So. Sollen wir uns das an... Okay. Wir trauen uns. Aber... Zuerst mal... Das Level abnehmen und... Was denn? Schießkunst investieren? Geht das? Nein. Okay. Dann... What the fuck? Ich hätte vielleicht davon sprechen sollen. Oh, das war unklug. Da ist er unklug. Jetzt locken wir noch da. Rollen einmal außen rum. Fuchs, blockier mich nicht. So. So. Oh, fuck mich jetzt nicht ab, Wolf. Don't fuck with me. Oh, oh. Geh weg. Okay, er weiß nicht, wo ich bin. Das tut. Oh, Gott. Ich höre dann Schritte direkt hinter mir. So. Oh. Okay, ich kann vielleicht noch ganz leicht strafeshotten. Das kann ich vielleicht noch ein bisschen. Eine halbe Stunde Fight gegen einen Riesen. Yeah. Sowas lohnt sich anzuschauen. Oh. I'm out of stamina. Oh, jetzt rennt er. Das mag ich nicht. Oh, Gott. Stop running. Oh, Gott. Jetzt miss ich jeden Schuss, weil der rennt. Hätten ich voll aus dem Flow gebracht. So, warten wir mal eben. Wollen wir und jetzt wegrollen. Der bewegt sich nicht. Wtf. 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 Hängt der da fest? Guck mir den. Oh. Wir haben mit Level 18 auf Meister einen Riesen erledigt. Ohne Schaden zu kriegen von dem Riesen. Klar, von so einem Wolf kriege ich auf die Fresse, aber so ein Riese... Ah, pff. Ah, ne. Also Wolf, ne? Also Wolf schon gefährlich, aber Riese... Lol. Ich gesehen habe. Oh Gott, ich dachte, er kommt zu mir und deswegen habe ich... Ey. So, was ist mit der Sensibilität los? Wieso ist die so ein... Nein. So, hier will ich nochmal zurück hinkommen, weil ich den Ort schon kenne. Und ich weiß, dass man hier richtig coole Assassinen-Action machen kann. Aber auch erst, wenn man auf einem höheren Level ist. Und deswegen versuche ich jetzt hier nur auszuholen, um in das Schloss zu gehen und nicht rein zu gehen. Und dann, wenn ich den Ort schon kenne. Und dann, wenn ich den Ort schon kenne. Ich bin jetzt hier nur auszuholen, um in das Schloss zu gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020